So! Moin und herzlich willkommen zu Let's Play Super Mario 64 Jo, und letztes Mal haben wir den Bowser gemacht, den zweiten Danach haben wir den Dire Dire Docks komplett abgeschlossen Und jetzt sind wir im 10. Kurs, nachdem wir Planlose Suche nach diesem Level gemacht haben Ich wusste gerade echt nicht, welches das 10. Kurs mehr war Wir waren erst in Atlantis Aquaria Und dann ist es aufgefallen, oh, Atlantis Aquaria ist das 11. Level Deswegen sind wir jetzt hier So Und ich bin immer noch genau an der Aufnahme Also in der Aufnahmesession von vorhin Wir sind immer noch genau da, wo wir vorhin auch verkackt haben Wir sind zu dumm für diesen gammeligen Schneemann So, bitte dreht die Sicht so Ja, ich stehe im Schneemann drin, äh, im Pinguin Ihr müsst immer neben dem Pinguin bleiben Damit wir hier nicht runterfetzen Aufpassen Und, 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 schaffen wir es, schaffen wir es, schaffen wir es Ja, wir schaffen das diesmal Sehr gut, wir haben ihn Alter, leck mich am Arsch, das hat jetzt gerade eben so lange gedauert Ey, leck mich, ey, kannst du mir nennen, leck mich 76 Boah, lecken Ja, wir hoffen, ich kann ihn noch sagen, leck mich Ah, wie unnötig das war Snowman's bekehrt Jami, mein Gott Was ein anstrengender Part, das gerade eben war zum Schluss Ey, wir haben dreimal so vom Schirm runtergefeffert, ey Dreimal, ey Chill with the Bully Okay, dafür müssen wir den Bulli da vorne killen Den zeigen wir euch mal, wo der ist Der ist auf dieser Eisplatte Hier vorne, da seht ihr den schon Wow, ist mir davon reingejumpft Stirb, du Kartoffel, komm Stirb, blauer Bulli Du bist blau, was geht mit dir ab? Bist du eingefroren oder was? Das war's schon Das war's schon, das ist so krass schnell, wie ihr einen Stern bekommt hier Wow, und 77 Wow, also wenn hat man, also Jemand, der in Speedrun geht, dieses Let's Play macht Muss echt an manchen Stellen wirklich schnell sein, muss ich sagen Denn das war wirklich fix Okay, in the deep freeze Dafür müssen wir hier vorne, meine ich hin Das war der Stern hier, ne? Ja, das war der Da-da-da-dam Da-da-da-da-dam Okay, jetzt muss ich erstmal schauen Wie wir Achso, da vorne ist er Ich wollte gerade sagen, wo ist eigentlich der Aufgang jetzt davon gewesen? Hallo, ich will da rein Danke Das ist 78 So, das geht so schnell hier, die Sterne zu holen Das ist so fucking schnell Mal drei Kurs zehn Yeah, jetzt müssen die roten Mützen schon kommen Oder? Jetzt kommen bestimmt die roten Mützen schon was auf Ich hab recht, bestimmt Ne, World from the Freezing Pwn What the fuck? Was ist das denn jetzt, ey? Ich hab ne vage Vermutung, was es sein könnte Aber ich bin mir jetzt nicht sicher Kann sein, dass ich recht hab damit Dass es der Stern ist Der da hinten ist Ah, ich seh nichts, ich seh den Baum Du Arsch, Mann Ich hab nichts gesehen Stirb mal kurz Lass mal kurz hier durch Müsst ihr einen Gegner hier hochbringen Einmal, dass er hier hochkommt Sonst kommen wir nicht hier hoch So Wow Heidi, du bist voll an ihm gesprungen Auch nicht schlecht So, hopp Wieder hoch hier Hallo Kommst du her jetzt? So, zack Und jetzt rüber da Leck mich am Arsch Arsch Dam, dam, da, dam Nein, ich will Oh, nicht die Kupa einsammeln Nicht die Kupa Hier ist der Stern drin So, und 79 Den Sparrowess-Wand bekommen Ja, hab ich so reich Sehr gut Sehr gut Kann man krass Nur 40 Stern haben wir alles, ey Hammerübel, ey Ich hab so reich Das war das sogar Okay Alles klar, weiter geht's Sehr schön Sell-Share-Riding 4 Red-Coins Ja, jetzt geht's los Okay Jetzt sollen wir noch 100 Minuten sammeln Das macht Dich-Dich-Schpaß Alter, ich wollte dich wegkicken, du Arsch Okay Wie ich wollte gerade sagen Jetzt kriege ich den Typ nicht erwischt Und komm mal bitte her Das ist Wo ist die letzte Coin Okay Ich will sie haben Nein Ich war zu langsam Scheiße Das ist Kacke Na egal Scheiß drauf Egal Ist halt so So, dann stellen wir halt erstmal die ganzen gabeligen Pilzblumenköpfe hier Die Pilzblumenköpfe So, komm her Na kommst du her Na kommst du her Danke Ich hab 15 Münzen Wo ist eigentlich der Schneemann gerade eben Wo ist der Da ist er So, ich meine Wenn wir den umkippen sollten Kriegen wir auch Münze So, zack Kriegen wir eine Münze Bitte kriegen wir eine Münze Ja, drei Stück sogar Sehr schön Sehr gut Na kommst du her Na kommst du mal her Wo ist der Flyguy Der Flyguy Der Flyguy vor allen Dingen Wo ist der Flyguy Wo ist Flyguy So, komm her Die kick ich auch um hier Und Tschüss man Die haben sich kaputt gemacht Haha So Wo ist der Flyguy Da oben Na kommst du Jetzt komm Ich komm nicht Ich komm nicht In dem blammeligen Wind Äh Eklig Okay So Na Ich wollte das nicht so machen Aber okay Denn eben nicht Denn Ich bin jetzt nicht Leck mich doch Am Arsch Shy Guy Komm her Du Arsch What the fuck Was treibt er da gerade Na kommst du mal her Jetzt hier Ich bin hier vorne Ich bin hier Hallo Ja was Will er mich trollen Will er mich trollen Kommst du jetzt mal her Du Shy Guy So jetzt hab ich Du Arsch ey Du Arsch Jetzt vor allen Dingen Wo sind die Münzen eigentlich hin Na wo sind die Münzen Da vorne Uah Meine Münze Aua Au Das tat weh Das tat richtig weh Aber gar Mario kann's ab Er kann es Alter Ich will nicht auf den Baum Ich will doch Gar nicht Auf den Baum Okay Was geht hier ab Ach nochmal so Popmonie mag er Na komm her Na komm her Okay wir haben ihn gekillt Das ist doch mal sehr schön 36 haben wir jetzt inzwischen schon Wir haben eine rote Münze bisher gefunden Hallo Kannst du her Komm mir jetzt an Wir sehen hier Danke Oh was soll Hölle Wir sehen Klasse Arschloch man Bessen Schuld ist das deine Hallo Jetzt ärgert mich die Kamerasicht wieder So komm her So und tschüss Das war's für dich ey Arschgesicht ey Du gammeliger Schneemann ey Mein Gott ey Okay Hier ist ein Beleben drin Ja war klar So Zwei So Und da ist noch einer Das ist der nicht von vorhin Sogar nochmal Das ist doch der gleiche ne Wir gucken mal nach Vielleicht ist das nicht Vielleicht ist das doch Okay Das ist der doch gewesen Okay Wir kennen mal zwei Mal gleich ein Schneemann Von mir aus auch das So jetzt müssen wir aufpassen Dass wir hier erst einmal Hier wirklich alles kaputt machen Ja aber Bitte nicht immer treffen lassen Das wäre sehr nett So jetzt müssen wir Erstmal probieren Dass wir da hochkommen Scheiß auf diese drei Münzen Die wir jetzt nicht ansammeln können Weil Wir müssen so sehr hinten hin Weil Da auch die roten Münzen sind Und der Koopa Panzer Den wir brauchen Jetzt eben einmal So los geht's So drei Da oben sind nämlich auch noch Münzen Und die werde ich gerne holen Das wäre sehr nett Okay Zwei 71 Hier war noch ein Schneemann Den werde ich jetzt einmal Umdriften hier Wee 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 So eine Wir haben alle drei Gut weiter geht's Okay Wahoo Okay Meint ihr Das was ich jetzt habe Die 72 Münzen Ich würde gerne Danke Ich wollte gerade sagen Ich würde gerne da rein haben So Die sind nämlich auch noch Ein paar Münzen Ein paar ist ein bisschen Wird untertrieben Ein paar Münzen sind untertrieben Ja Haben wir die acht Rotmünzen Eigentlich schon gefunden Haben wir alle acht Rotmünzen Gefunden bisher Ich weiß es jetzt gerade nicht mal Ich kann euch das nicht sagen Ich weiß es echt nicht Ich habe keinen Plan Da Jetzt sterb du Kartoffel Danke Stirb du Kartoffel Ich sehe nichts Das ist Ein bisschen scheiße Manchmal Weil die Kamera Ist wirklich Bescheiden Hier Ich treff nicht Ich treff nicht So jetzt So Erstmal kurz hier rein Dann können wir die Die Kappe holen Ja Dann können wir Hier durch Laufen Und die Münzen So einsammeln Jetzt schon mal 99 Und der Stern Droppt Droppt genau Der Sternsport Im Eis Okay 80 Haben wir Alles klar Dann können wir rausgehen Ja Denn mehr können wir hier drinnen Eh nichts machen Wieso Runden Jetzt haben wir jetzt Sechs Zwei Stückchen noch Ach ja klar Ich weiß wo die sind Okay Das war ein bisschen fair Jetzt von mir Ich weiß wo die sind Okay Da müsste ich Eigentlich noch mal Ich muss kurz was schauen Aber ob wir da so rankommen Jetzt gerade Das Problem ist halt eben Wirklich Die sind hier vorne Und da ich die Schildkröte gerade Zerballert habe Es ist eine sehr Behinderte Stelle Ähm Okay Das könnte echt Problematisch werden Okay Wir sind hier oben Gut Alles klar Jetzt hoffe ich nochmal Dass Cooper noch da ist Einer Sonst werde ich in die Pyramide Gehen und da den Stern Ja ist nicht mehr da Scheiße Verdammt Kacke Scheiße man Ich kriege Abdreher ey Okay Was soll wir jetzt tun Ich habe keinen Plan Komme ich eigentlich so hoch Oder muss ich da wirklich Mit der Cooper auch hoch Okay Wir kommen da so nicht hoch Deswegen Ich will jetzt Aber Danke Ey Ist das eine Kacke Jetzt muss ich Jetzt kann ich die Roten Münzen Nicht allein sammeln ey Alter Wario Verarsch mich nicht Hallo Wer Er will nicht Er trollt mich Ey Jetzt komme ich da Leck mich Mario Leck mich am Arsch Ganz im Ernst Alter Meine Fresse Was war jetzt das Problem Jetzt Oh Ah 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 Pani vs. Mario Ohne Scheiße Ich würde gerne da rüber Danke Danke Hauen wir den Stern In der Pyrami Glo Hier drin Den Stern Den wir jetzt Krabbel 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 Action Ab ins Loch rein Flup Wir sind drin Leck mich Ganz im Ernst Da oben den Stern Sammeln wir jetzt ein Alter Wie unnötig Das war Jetzt haben wir den Umsonst Im Prinzip Die 100 Münzen Gesamt Weil wir eh nochmal Die Roten Münzen Gleich sammeln müssen So Gott Ey Aber wo ist jetzt der Stern gewesen Nach da oben Ne Okay wir haben ihn 81 ey Leck mich ey Ganz im Ernst Leck mich Das war Ein wenig unnötig Sagen wir mal so Aber was soll's Kann man jetzt nicht ändern Das kann man jetzt nicht ändern So Red Coins noch sammeln Da haben wir alles ey Ja das ist so kacke gewesen Jetzt ey Vor allem wie unnötig Das war Das wird mir die ganze Kackmanns noch mal sammeln Ey Wie unnötig War das denn Jetzt Alter Leckt mich im Arsch So davon ist noch Eine Coin Hier holen wir jetzt eben mal Ich werde jetzt hier oben Lang gehen Das ist mir scheißegal Wir laufen jetzt so lang Hier Ich hab Bock hier noch mal Das Rutzel auf mir Wee Gott Haben wir die Shell einsammeln So gib her Danke Wie unnötig das gerade echt war Oh ne Scheiß Ich bin auch ein bisschen dumm gewesen Oh ne Kack Echt Anstatt lasse ich die Coins da einsammeln Nein Party Warum Warum die Coins da einsammeln Wofür Brauchst du eh nicht Wow Das war jetzt etwas Knapper Auf dem Fall Wir hätten diese Coins nie bekommen Ja Das Problem ist halt Und wenn man sie nicht so einsammelt Ähm Kommst du da unter der Platte Ja gar nicht mehr weg Wie denn auch Das geht ja gar nicht mehr So Jetzt haben wir den Stern um einen Dann haben wir das Level komplett Ey Leck mich am Arsch So 2,80 Okay Das Level ist vollständig Wir haben es geschafft Goddammit Ey Okay Kurs 10 ist auch voll Endet Sehr gut Alles klar Dann können wir weiter Einspiegel Jetzt sehen wir auch Lakitos Das erste Mal glaube ich Nein da ist er Hallo Lakito Lakito Hier gab es ein geheimes Level In der DS-Vision Und jetzt dürfen wir tatsächlich In Atlantis Aquaria Okay Dann haben wir da die ersten 2-3 Sterne Und dann lassen wir uns auf heute Chocking Arrow Lifts Okay Wir sind ganz oben schon Also sehr gut Ich glaube wir haben ein bisschen Zu weit hochgestellt Glaube ich oder Ein bisschen Ein bisschen Aber egal Das macht nichts Wir können es ja wieder runter regulieren Ein bisschen So Ich glaube das Ist schon die richtige Fast richtige Höhe Es ist sogar die richtige Höhe Okay alles klar Es ist die richtige Höhe Yeah Wow Und ich wollte gerade sagen Jetzt schafft er es so zu kommen Ohne runter zu fallen Nein Party fällt runter So Mario Willst du mich jetzt gerade verarschen? Bist du gerade zu dumm Um da auch zu klettern? Alter Alter Ich dreh durch Ey Meine Fresse Halt dich doch einfach da fest Mann Mein Gott Wo ist das Problem? So Und wir brennen gerade uns den Arsch ab Da Auffassen Dass wir nicht runterlaufen Da So Und 83 Unnötig Okay Erste Sterne haben wir Das war's schon Ey Hammer oder Wie kurz das Level ist Und wir rein da Was kommt jetzt? Top-O-Town Okay Dafür müssen wir glaube ich nach ganz oben Der ist nämlich ganz oben der Stern Das ist nicht der erste Stern Aber das ist der zweite Stern Den regeln wir aber jetzt eben mal noch Dann müssen wir ganz einfach hier hoch Ganz geschildert Oh Bomberman Was willst du von mir? Leckt mich am Arsch Nein Jetzt hat er mich doch gegriffen Ey Ich glaub das nicht Ey Du Arschmann Na komm her Na komm Du willst es doch auch Okay Aufpassen Dass wir jetzt hier nicht runterfallen Die Sicht ist ein bisschen Na ja Sagen wir bescheiden Autsch Das hat wie Egal wir kommen trotz Autsch Das hat wir wie Alter Okay wir sind da Okay und da ist Nummer 84 Okay wir haben ihn Sehr schön Sehr schön würde ich sagen sogar Okay Okay Leute Einstellen holen wir noch Und dann lassen wir es für heute Na ist gut Okay Sequels in the Swallows And Sky Ich glaube das müssten die Geheimnisse sein hier Wir wären jetzt nicht ganz sicher Deswegen müssen wir das Wasser ganz runter stellen Einmal Denn ich muss nachschauen wo die alle sind Und dafür brauchen wir das Wasser ganz unten Das Okay Pally das noch fail Das ist nicht mal der letzte Schalter Der letzte Schalter ist ja ganz hinten Kann das sein Ach ich weiß sogar wo dieser gummige Schalter ist Und ich verkack das trotzdem Ey Ich glaub's nicht ey Ich liebe das Da 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 So jetzt aber Der ist unten Go Läuft doch oder Ein bisschen So Jetzt Muss ich Selbst Überlegen Weil Ich würde gerne an den Schalter kommen Da oben An den Block da oben Okay das ist Nummer 1 Nummer 2 Wir müssen alles hier bewegen Wir müssen auf die Dinger Wir müssen ganz besonders aufpassen Das ist ein richtiger Arschlöcher Nummer 4 Ne 3 3 ist das Na komm her Fetzen wir da hoch da Okay das sind oben Okay Na komm Einmal noch hier Na komm her Dam 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 Wir sind jetzt oben Oh scheiße Wir werden nochmal gefetzt Ja ist okay Autsch Das hat weh Arschloch ey Ich würde gerne Dass du dich da festhält Danke Nummer 4 Ich weiß gar nicht Ob das da vorne auch einer ist Also das hier Deswegen gucke ich mal lieber nach Man weiß ja nie Okay das ist keins Okay Dann ist das letzte Ding hier vorne Da oben Und da haben wir auch alle 5 schon gefunden Meine ich Okay jetzt habe ich Den Block gerade zerpfeffert Egal Nummer 5 Wir haben alle Okay Jetzt halt die Frage Schaffe ich das mit einem zweiten Sprung Bis da drüben hin Was meint ihr Ich will es mal probieren Oh ich glaube nicht Autsch Das hat weh Das tat ein little bit weh sogar So Wenn wir das was jetzt mal hoch machen Einmal So Das langt sogar Wir sind fast Oben am Stern sogar schon Okay Leute Wir werden den Part gleich beenden Ich glaube wir haben schon viel gemacht Hier in dem Part hier Wir haben echt viel gemacht Wir haben komplett Ja wir haben echt viel getan In dem Part ey So Und wir haben ihn 85 Sehr gut So Leute Ich werde den Part an dieser Stelle beenden Und im nächsten Part Werden wir Dann hier in dem Part Level Weitermachen würde ich sagen Denn Bis zum nächsten Mal Und Und tschau Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal